wie war ich schon wieder war war deine mutter dich hier schon wieder hergebracht ich habe auf dein bett geschissen und dann nicht schon wieder warum ist hier so großer schlüssel und es für dich und wie soll es jetzt wieder alle klamotten was war das das haus ist ja komplett anders das warst du aber mit deiner nacht und den heißen alten knackernudel wie du mal zählst ja ihr habt überall alles durchgeknallt ich habe fast schon ein träume bekommen diese sind ja überall kisten für dich weil das opa du hast mich gedacht er hatte mich lieb was so ich mache dir jetzt den schönen kamillentee sehr schön ja oma nur du weißt nicht wo ich bin ach du scheiße habe ich das jetzt habe ich das hingekriegt was hast du gemacht ich bin einst mit der natur kleiner bengel kannst du dich mehr raus wenn ich dich drehte könnte ich nicht rausbacken aber das möchte ich nicht du bleibst jetzt drin ich kann dich befreien sei bei ihrem oma ach ja dann nehm das zurück was du vorher gesagt hast was denn oma denkt na ich kann nicht ähm oh scheiße au 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 nicht gut oma sieht nicht au au soo hä was ist denn noch mal los wieso so ich so komisch ähm ich glaube wir spielen doch ich glaube wir spielen doch das horrorlevel ähm wir spielen doch das horrorlevel dachte ich mir ich muss dich essen bitte nicht oma ich habe alles ah scheiße oh 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 nö alter ich krieg albträume von dieser oma kindchen nö oma bitte nicht geh weg ah uah uah ist das ingelhaft ich habe das falsche level angekriegt ah oh scheiße ich habe Angst ah wie die sich bewegt ah ah oh man verschwinde such jemand wie geht es nicht gut dann nehm dich die Tabletten wie geht es ganz okay ah ist das ingelhaft ah ah scheiße ich hier oma ah ah ich erlöse dich attacke wo bist du ich bin weg gerannt das ist zu viel für mich oma ah ah ich muss weg und was ist ich schneide das video nicht das ist mal zu gruselig wie die sich bewegt aber gabte Hacke ah ah du Was muss ich tun? Grab your... Die Aufgabe... I don't think my grandson Walt might have took a little bit out of your arm. Grab your grandson. Ich sollte ein Arm essen. Ich will dein Arm. Gib mir dein Arm. Aua. Nein, Oma. Du bist auf Armdäht. Alter. Ich will dein Arm. Ich verwandle mich. Ich will dein Arm. Nein, Oma. Wo bist du? Da, wo du nicht gehen wirst. Alter, wenn die sich noch einmal so bewegt. Aua. Darf ich die Musik ausmachen? Enkel. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Aua. 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 Wo bist du? Ich will dein Arm essen. Ich will schnell... Wo ist dein Arm? Aua. Wo bist du? In Ruhe. Geh weg, Oma. Komm erst wieder, wenn du normal bist. Ah, da ist eine Toilette. Was ist das für eine Pille? Ja. Ah, da bist du! Also, tschüss, Oma. Nein. Bleib mal ganz kurz still, Kind. Nein, Oma. Lass mich in Ruhe. Ich bin auch in... Ah. Ich bin jetzt auch schneller. Scheiße. Aua. Ich hab mich ge... Ich hab keinen Arm. Hä? Wie hast du das gemacht, bevor ich dich abgeschossen hab? Ich ess grad deinen Arm. Nee, ich werf deinen Arm. Ich hab deinen Arm geforfen. Oh, Oma. Wie sieht das aus von dir grad in der Sicht? Das wirst du sehen, wie die Folge raus ist. Oder ich geb dir einen vorgeschmackten Phorus später. Äh. Äh. Ich hol mir Hilfe. Komm her. Jetzt drehen wir den Spieß um. Ich springe dich um. Nein, Oma. Tu das nicht. Du hast mich doch lieb. Erzählst du immer. Ah. In zwei... 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 Zweihundertfünfzig Sekunden stirbst du. Police, oder? Police? Du hast die Polizei gerufen? Ja, ich hatte die Schnauze voll vor dir, Oma. Ich komme. Ich hab die besten Pulzisten der Welt gerufen. Er heißt Bob Downert. Oh, warte, wenn ich dich kriege. Nein, Oma, das wirst du nicht. Es ist ein Uhr nachts. Du wirst jetzt zum Vollhund. Ich will dein zweites Arm oder Bein oder was auch immer. Boah. Oh, ich will nicht hier gucken. Das sieht so eklhaft aus. Ist es doch. Ah. Wo bist du? Die Polizei ist noch nicht da. Ne, die Polizei ist jetzt gekommen. Äh? Müssten die nicht schon da sein? Hä? Ist das ein Bug? Ist doch egal. Ah, da ist sie! Da fangst du die Polizei! Schaff sie sich auf, es sagt. Das ist sie. Aber die bleiben draußen. Die kommen nicht über die Mauer. Das ist ein Bug. Jetzt. Ja, die kommen nicht durch die Mauer. Die kommen nicht über die Mauer. Das ist jetzt unfair. Hey, das ist doch gar nicht. Das ist... Hä? Ah, jetzt. Oh, du... Mein Gott, wo bist du? Ich will dich jetzt endlich mal töten! Nein! Hey, jetzt? Meinst du diese Eisenmauer oder was? Die, 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 die hier draußen. Die stehen vorm Tor. Hey. Du siehst es nicht, weil du zu klein bist. Oh, oh. Komm her, erst! Nimm das ober! Polizisten, habt ihr das gesehen? Hm. Okay, das hier ist so unfair. Das ist nicht fair, diese Bug. Das ist fair und wie? Nee. Ich seh die da vorne. Die haben ne Knarche. Und die können's nicht... Die können mich nicht abknallen. Scheiße. Ich will mal ganz kurz... Ich will dich da nur kurz essen! Nein, ober! Bitte! Ich will auf'n Diät! Hä, ist da unten was? Ja, ein Laserschwert! Ach so, da ist... Tschüss! Dein Arm ist ja ab! Warum, den Kindchen? Halt du ihn abgefressen, du eine Hexe! Komm mal her! Nein, verpiss dich! Nicht, wir wissen was, was ich dir jetzt gleich abpacke! Jetzt komm mal kurz her! Nein, ober! Oh! Alter, wenn die alte Schachtel sich doch mal so bewegt! Dann wäre ich wahnsinnig! So, sieh schon! Danke! Danke! Bitte! Ich mach deine... Äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Oh Was war das für ein Level Was geht? Was geht? Na was ist denn? Was dachtest du plötzlich? Ich war eher enttäuscht dass die Polizei verpackt war bei mir Ist doch gut Nein Wollen wir nochmal das Level spielen? Wenn du das durchhältst? Ach komm, ich werde doch nicht sterben Dann mach du aber So Oh nein, ich glaube wir haben wieder den lustigen Bug dass wir plötzlich beide Oma sind Bei mir werden die ganze Zeit angezeigt So Du hast dich doch nicht verwandelt du alte Hexe Doch kann ich dich töten Ich war mal ein frisch, du Hüsenmatz Du musst erst die Klamotten aufheben bevor du dich verwandeln kannst Und das werde ich das werde ich nicht zulassen Nein Bitte sammle dich die Klamotten ein Bitte Ich muss nicht davon kehren Äh Still Still Komm her Ist aber gut Du kleiner Kackpengel Ich habe Angst Ich habe Angst Das ist Nacht Wenn du dich verwandelst Jetzt mal den So Lern Das sind du scheiß Tabletten Die ich von Doch Doch Schwägerlein bekommen habe Den besten Arzt der Welt Erzähl Irgendwas stimmt nicht Mit meinen Topletten Ich fühle mich nicht so ganz gut Jungschen Oh ich dachte Du kannst schon mal den Arm fressen Oh nein Oh nein Ich bin weg Ich bin weg Das ist Oh 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 Du siehst irgendwie lecker aus Komm zu Oma Komm Sei ein guter Enkel Komm zu Oma Komm Komm zu Oma Ich will dir nur ein kleines Schmatzi geben Einen ganz leckeren Schmatzi Komm her Na komm 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 zu mir Komm Ich bin ganz lieb Ich bin dieselbe Oma wie du weißt Die flucht und Malmoos rauch Komm Na komm Ich siehst du ich mach meinen Haushalt Meine ganz normale Oma Komm 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 schon Komm schon Sei nicht so zu Oma Komm Komm Siehst du ich sieg neben sogar meine Tabletten Komm 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 zu Oma Meine Hand ist eingefroren Ich hör nichts machen Ausrede Komm zu Oma Na komm Wo bist du Wo bist du Wo bist du Wo bist du Ja wo bist du denn Zeig dich mein Enkel Und dann ist alles gut Ich bin immer dieselbe liebe Oma Wie du weißt Nicht wahr Alter Komm zu Oma Na komm Warum will ich gänzen Okay Ich wohl Komm zu Geh weg Komm zu Oma Geh weg Komm zu mir mein Junge Komm Geh weg Komm zu Oma Nein Ich will zu Mama Du kannst dich nicht da ewig verstecken Doch Kann ich Nein Doch Du nicht Doch Komm Nein Nein Komm zu Oma Nein Komm Oma will mit dir spielen Ja Komm her Da bist du Ich will Draußen alte Schachtel Alter Komm zu Oma Der Wo bist du denn Komm her Mein Junge Ich Hallo Boah Zucke Kannst du nicht an mich dran Komm zu Oma Komm zu Oma Wie schnell bist du denn Dank dir bist mir alles möglich Komm zu Oma Komm Hilfe Na Na mein Enkel Na mein Enkel Na mein Enkel Na mein Enkel Ja Lass mich in Ruhe Komm her mein Junge Du kannst dich ewig ja verstecken Früher oder später brauchst du raus Komm Nein Ich bleib da jetzt zwei Stunden Du weißt dass die Zeit bis zum Arsch geht Das ist mega Das ist mega Ich glaub niemand will sich das lange antun Das ist mega Hilfe Komm zu Oma Na komm Na komm Jetzt gehst du da wieder raus Mann Was ist Komm zu Oma Wie ist das denn in der Löcher Wieso kann ich da raus Ah Mann Komm zu Oma Lass mich in Frieden Komm zu Oma Alter Du hast da grad was Ich halte das sicher aus Ich muss hier weg Wieso bist du so schnell Warum bist du so kack langsam Alter Alter Das ist Ich muss doch nicht mal das Ich fühl mich wie ne Maus Wovon die Fuchs gejagt wird Ups Und Maus Das passt nicht so ganz Du meinst eher Maus und Katze oder nicht Nein Doch Den Gefall tue ich dir nicht Und zu Oma Sein lieber Enkel Und beglück deine Oma Mit dein Fleisch Die Polizei kommt erst wenn du meinen Arm abgefressen hast Bingo Lass mich raten Du bist hinter mir Ich bin da wo du bist mein Junge Komm zu Oma Musst du es noch schlimmer machen wie es grad ist Ich bin Schauspieler Typ Leid Ui Oma kann fliegen Was Ja Dank die Tablette gar nicht fliegen Ich erlaubte die wieder Tabletten zu nehmen Du weißt genau das macht Oma immer geil Ich habe neues versteckt Geil Komm zu Oma Wieso habe ich zugestimmt da nochmal Level davon zu machen Ey du wolltest mir auch den Spaß gönnen Nicht umgedreht Und das ist schon ein bisschen unfair Dass du gewonnen hast Weil der Bug da war Ich habe mich genau gesehen Glaubst nicht Oh nein Jetzt weißt du wo ich bin Da habe ich Vor Jahren Habe ich versteckt Und dann meine Mutter erwischt Wie sie es Deine Ura Ura Opa gönnte Komm Komm raus mein Enkel Wolltest du jetzt weiter? Ich Ich erschrecke mich bei jedem klitzekleitsten Geräusch Alter Oh Na komm Komm mein Junge Lass mich in Ruhe Du alte Schachtel Komm mein Junge Gönn dir ein bisschen was von Oma Oma will dich nur küssen Du hast doch ein Bubu auf dein Aua Komm Alter Komm mein Junge Na komm Haha du kommst sicher mich ran Komm Na komm Die Leute langweilen sich noch Die wollen doch nur sehen wie du mir meinen Arm abbeißt Nein ich will dich nur küssen mein Junge Komm Komm Na komm Komm Gönn dir das deine Oma Alter Wirst du auch irgendwann wieder normal? Wenn ich meinen Wunsch bekomme dann ja Jetzt komm Alter Die Augen sind komplett Rotblut geworden in den letzten paar Stunden oder Minuten Guck mich mal ganz kurz an Guck mal ganz kurz Alter die sind ja echt rot Habe ich doch gesagt Verändert sich nach der Zeit wenn Oma nicht ihren Will bekommt Oaaaah Komm her Junge Und gönnt ja deine Oma was Ich habe Hunger Ich will jetzt mal Fleisch probieren Ich 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 kaufe aber ich gucke weg Das ist das Omae Und die versteckt vor mir Stell weg Omae Omae ich habe ich gehe gleich wieder ein loch rein es ist doch bald drei uhr wenn wirst du endlich wieder normal erst in meinen wunsch erfüllt wurde junge oma ja wo bist du zeig dich mein junge dann zeige ich mich auch da kann alter er kommt dass die fackel bleibt in der bleibt in der luft stecken dankeschön wirklich vielen dank ich wollte die fackel auf dich werfen alter um wer lasst mich nicht weinen nein oma will was essen Komm her, du. Na, komm. Oh, mein Willi, du mit dir kuscheln. Oh, Gott. Ich spiele dieses Level-D wieder. Das kannst du sowas von abhaken. Du bist so unfair. Ja, das macht dir Spaß, gell? Ah! Bis jetzt habe ich gerade keinen Spaß. Okay, dann nimm halt einfach meinen Arm, aber ich gucke weg. Das hast du dich vorher getan. Das hat einiges an Arbeit erspart. Oh, Gott. Lecker, du. Ich will mehr. Was? Was machst du? Hä? Was ist das denn gemacht? Ich bin abgehauen. Hä, bei mir in der Aufnahme warst du dich auf Booten rumgerollt und dann bist du in Rollenboden weggerannt. Ja, das Spiel ist einiges komisch. Ja. So, wo kann ich jetzt die Polizei rufen? Das werde ich zulassen. Du wirst das niemals schaffen. Ich muss gedrückt halten. Was soll das, oh Jungchen? Ich muss mehrere... Mann, das Spiel hasst mich. Das ist mein Witz. Was? Dass mich was hasst. Hör auf, bei meinen Sachen zu wühlen. Du Bengel. Ah. Oh, nee. Ich hasse mein Leben. Geh von mir weg. Ah. Äh. Abgefurzt. Du weißt, dass du sterben wirst an Blut. Ich weiß aber, was soll ich denn machen? Wenn ich da jetzt rausgehe, dann sterbe ich. Naja, ich bin der Glückliche von uns. Komm. Oma will da nur mit dir kuscheln. Komm. Was hast du grad von mir abgebissen? Deinen weiteren Arm. An den Arm hab ich weiter rumgekaut. Äh, hallo? Siehst du, ich hab an deinen Arm weitergekaut. Jetzt ist er komplett weg. Oh, danke. Komm, ja, Junge. Ja, äh. Äh. Aber dass bei dir die Polizei nicht da war, ist echt gemeint. Ich hoffe, dass immer mehr jetzt kommt. Nein. Das gibt's doch nicht. Du Drecksbalg, du. Ah. Weißt du, was du falsch gemacht hast? Ich höre. Du musst den Schlüssel finden, damit ich das Tor öffnen kann. Und den Schlüssel hattest du da nicht gefunden. Deswegen, es war kein Bug. Oh. Tja. Das passiert, wenn man keinen Bock hat zum Lesen. So, wo ist das jetzt? Da ist es! Nein. Nein. Du altes Schachtel. Das wäre ich verhäten. Es ist das, was die Felder gibt. Das ist alles offen. Bitte! Hilf mir! mit deinem Kopf, du hast geistig zurückgeblieben. Alter, mein Herz. Vielleicht nochmal. Na, okay, okay. Als ob. Okay, Leute, das war's. Oh Gott. Jetzt hab ich nicht so, du hast heute deinen Sieg bekommen, nicht ich. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Bis zur nächsten Folge, wo wir vielleicht nochmal das Level spielen, wenn ich es kenne, schafft es zu beraten. Bis dann.